Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge FASMU, bevor wir heute zusammen wieder mit der Oja, der Sandra und dem Marco im Tanglewood Street House und let's go! So, merken wir nicht. Die hat schon längst eingeblendet. Wenn wir nicht, dann jetzt. Elisabeth Johnson ist am Start. Wir machen hier einen Speedrun. Okay, mit dem Melide Ghostbuster. Ich hab UV und Box. Saß könnten wir auf, das ist nicht so. Ja, alles. Bitte auch. Elisabeth! Wow, wir werden mal übelst angeschnatzt, Junge. Warum? Ich weiß es nicht. Der alte Schweizer. Warte mal, wir werden gerade 10 Grad. Der wird wieder aus. Ja, da drin war ja auch jemand die Türe offen. Das ist der Geist. Nein, das ist ein Ganggeist. Ganggeist. Ah, ok. Noch mal Tür. Ah ja. Ah ja. Oh, das ist ehemalig. Oh, nice. Oh, Ganggeist, geil. Ehemalig! Ehemalig! Und dürfen wir in einen Schrank? Äh... Doch, der hier zählt. Aber nur wenn die Türen offen bleiben. Hier! Gib uns ein Zeichen. Ich werde stolz. Ehe mehr Film fahren müssen. Schreibe in das Buch. Schreibe in das Buch. Schreibe in das Buch. Wo bist du? Gib mir Gefriertemperatur. Ist der Geist auf alleine? Ne. Ah, dann schreibe in das Buch bitte. Oh, das... Gib uns ein Zeichen. Könnte noch gefrieren. Wo bist du? Hier. Hier ist bei 0,5. Ja, minus 0,1. Yes. Schreibe in das Buch. Wo bist du? Hallo, mein Buch ist weg. Schreibe in das Buch. Wo ist mein Buch? Ah, nein. Lass. Mein Buch ist weg. Wo ist mein Buch? Wo ist dein Zeichen? Das ist dein Zeichen. Wo bist du? Schreibe in das Buch. Schreibe in das Buch. Wir wissen, was von toll wird das hier losgeht. Mach mir jetzt dein verfucktes Box-Ding da unten. Ich hab nichts erkannt. Box kann es nicht mehr sein. Es können nur Fingerabdrück oder Orb sein. Fingerabdrück oder Orb. Fingerabdrück oder Orb. Gib uns ein Zeichen. Fingerabdrück hätten wir schon längst. Hinter dir! Oh Gott. Ist er hinten gespawnt. Hier im Gang. Hier ist er gespawnt. Ich hab nichts gesehen. Ich könnte nur irgendwie was mit hier. Die war direkt hinter euch. Ich auch nicht mehr. Die war direkt hinter euch. Genau da Marco. Hey, wo ist sie? Hier im Raum? Oder? Nö. Im Bad? Nein. Wo ist sie? Vielleicht nicht. Ich hab sie gehört. Der Wind ist weg. Wir dürfen übrigens nicht in die Räume rein. Wir haben einen Gangguys. Eure. Zeige dich. Ich würde es auch sagen. Gib uns ein Zeichen. Ein Kügelchen? Nehmen wir das Kügelchen? Oh nein. Jetzt haben wir es. Oh Gott! Hä? Wo? Weitere haben sie. Doch der hier zählt. Aber nur wenn die Türen offen bleiben. Aber nur wenn die Türen offen bleiben. Nur wenn die Türen offen bleiben. Nur wenn die Türen offen bleiben. Oder wenn die Türen offen bleiben. Oder wenn die Türen offen bleiben. Und da? Wie ist es hier? Wie so weit in die Türen offen bleiben. Wie ist es hier? Das ist voll abgespaced hier. Was ist denn da los? Also der Schrank hier ist safe. Ich weiß nicht wer die Tür zu gemacht hat, aber der Schrank ist safe. Ja, aber wenn wir Ort nehmen, ich glaube das ist Ort. Wir hätten schon längst Finger abgeben. Also von mir aus können wir Ort nehmen. Ah, ich habe den Geist sogar fotografiert, obwohl es leer ist. Was? Der Geist war bei mir unsichtbar, das stand anscheinend hier. Hier ist er noch gespawnt. Wird es uns noch eine Zeichen geben? Äh, Ortheim laufen oder noch warten? Mir ist egal. Oh, das sieht. Geist, wir sind hier. Wir sind hier. Du hast Angst vor uns. Angst vor uns. Du. Der ist, glaube ich, gerade in der Garage drüben, oder? Ich glaube, der ist bei mir unsichtbar. Wahrscheinlich. Oh nein, da ist er. Oh nein, da ist er. Der Männer, ihr seid so kuppelt. Guck mal. Wie gesagt, ich werde immer noch für Ort. Ja. Ich sehe schon, komm, irgendwann stirbt einer und dann locken sie auf einmal alle Ort ein. Ja, ich bin für Ort. Auf geht's. Ja, Arschgeil. Zwei Stimmen für Ort. Noch eine? Okay. Das war nur Ort. Ja. Ja. Also, wir haben einen vom Turm anscheinend. Vielleicht. Was? Die steht. Die steht besser. Marco ist gegangen. Kopfkamera am Start. Ja, da war doch das Ort. Ob, ob, ob. Wo ist der Marco? Achso. Im Schrank. Waschbecken brauchen wir noch. Ja, das glaub ich. Ja, aber vorhin, Alter. Der Revenant, der hat nicht das scheiß Waschbecken gemacht, Alter. Marco. Sonst hat auch einmal großer Gusch. Gusch. Loll, der ist tot. Oh, lol. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. In der Tür. Markus vor meinen Augen gestorben. Der hängt in der Tür. Das ist das Foto, das der Hund hat. Ich muss rein. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich war doch gerade vor. Das ist halt eh gemein. Das ist das Foto, das der Hund hat. Das ist halt schon ein bisschen gemein. Das ist halt schon ein bisschen gemein. Das kam einfach raus. Das kam einfach raus. Ah, nice. Ah, nice. Marco ist wieder back. Und sicherlich bei der nächsten Folge dabei. Die gibt es dann in zwei Tagen, wenn alles gut geht. Joach. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hier noch oben. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.